Frei sein, ganz frei, ein freies selbstbestimmtes Leben, das ist ein zentrales Ziel der Frauen der Bohème. Dafür stellen sie sich gegen bürgerliche Konventionen und verweigern gesellschaftliche Rollenzuschreibungen. Neben Unabhängigkeit fordern sie die Selbstbestimmung über ihren Körper ebenso wie das Recht auf ein erfülltes Sexualleben. Alternative Formen des Zusammenlebens, freie Mutterschaft, Abtreibung und Prostitution sind Themen ihres Lebens und ihrer Werke. Die Frauen der Bohème formulierten damals ihre Bedingungen für eine neue Welt. Eine gerechte Welt, für die es auch heute noch zu kämpfen gilt.